Salut! Für diese Übung solltest du bereits wissen, wie man das Futuresample verwendet und wie es bei Wärmen auf ER, IR und RE gebildet wird. Für die Bearbeitung der Aufgaben brauchst du einen Block und einen Stift. Wir werden hier einige Aufgaben zusammen bearbeiten. Nimm dir dafür Zeit und drücke auf Pause, wenn du das Zeichen siehst, um in aller Ruhe zu überlegen. Drücke jetzt Pause und bearbeite die Aufgabe. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com